Los, abbrechen! Was soll das denn, bitteschön? Diese sinnlose Gebimmel in Ihrer Hose da. Ja, Sie mein ich. Sie denken wohl, Sie könnten die anderen Leute mit ihren Anmaßen in Klingeltönen einfach so belästigen oder was? Tun Sie lieber mal was Vernünftiges. Spielen Sie mit Ihrem Schäferhund. Bauen Sie eine schöne Autobahn. Oder marschieren Sie irgendwo ein. In die Kneipe, in die Oper. Oder im Puff. So, und jetzt an alle. Hören Sie es aus! Und wer, ich höre noch ein einziges Bimmeln. Dann wird zurückgebimmelt, wie niemals zuvor jemals in einem deutschen Lichtspielhaus gebimmelt wurde. Entschuldigung. Viel Spaß beim Film. Abschlecher.